jetzt geht das hier rein willst du mich verkackarschen ja man muss sich verkackarschen jetzt funktioniert der kack wir müssen hier normale kabel in normales kabel dann ist er habe ich den abstrakter dabei gehabt kann er jetzt weg ist doch die kiste reicht jetzt importiere ins system der quasi danke geht doch nicht gleich so du stinke fuß herrlich geht doch jetzt kann nämlich auch die spiel und und so herstellen ich mit den falltasten laufen kann ich auch nicht wir haben gleich schon vier stunden mindestens so jetzt muss alles was hier drin ist erst mal oben rein das dauert mir schon das schon zu lange spaß wieder alles hier raus zu pumpen da kann ich die ganze konstruktion hier mit den ganzen kisten und barrels weg hier so gut das wird er schon mal haben ach da ist er ja das ist schon immer weg ok mache ich das halt jetzt mal fertig egal jetzt so welchen brauchten wir denn jetzt noch dazu von zeitquests ne das mit diesen abstraktern ist fertig jetzt ok ok hat klar das läuft woher ist bei redstone fackeln stimmt noch welche ne und irgendwelche komische gammel blöcke aber nicht bei den minions reinspringen haben wir eine leiter drunter das ist boah manche quest sind so richtig arsch 1 2 3 4 richtig ja 1 2 3 4 so pumpt erst mal die ganze kacke weg hier hey fun spiel vaddlarius 1 2 3 4 2 4 2 4 1 2 4 4 5 5 ja Eine Focke habe ich noch hier Zack, nächstes Ding kann schon mal gemacht werden Macht aber nicht Ist das System noch an? Ja Ja, das System läuft What? Ja ja Shit Let's down Let's down fockelen 20 Stück Top Ein Creator Bag Oh, Oil? Ne Coal Und hier sind nochmal 3 Stormboxen drin Ja, die Stormboxen, die ich in die Stormboxen stecke da wahrscheinlich Achso, das war wieder von irgendeiner Quest, ne? Waren die Stormboxen, die ich in die Stormboxen stecke? Leckt es etwas bei dir? Wieso? Weil gerade zig Milliarden Items durch die ganzen Dinger hier durchrauschen Nö Okay Warte mal, du hast doch Questen schon abgeschlossen, dann kann ich mal gucken, was ich noch abschließen kann Ich muss wahrscheinlich dieses Al-Larius wieder auseinander pflücken Okay, die hier ist fertig Und bei der Side-Quest In Block Na da Okay, ja, musst du gucken Greater and Legendary Okay, soll das mal machen Kann sein, dass ich oben gleich noch Festplatten wieder rausnehmen muss Dass das so war Ne, ich muss den auseinander pflücken, sonst hab ich mir nicht davon nix Na gut, Block wurde aber schon gezählt, ne? Ja, ja Deswegen Sah so schön aus, jetzt ist die Reihe wieder im Arsch Mh Oder? Ne, ich guck auf, wir was im System haben Haben wir nicht, hab ich das schon geguckt? Du Erfes Dach doch nicht mal gleich auf, äh Ja Ich bin nur ein halber Gorilla Nö Toll Corner of Diamond Halt's Maul Und ne ganze neue Rüstung Toll Mit Flimflamm? Ja, mit Flimflamm Ich hab ne neue Flimflamm Rüstung Die zie ich gleich direkt an Hallo Inventary Hunt, was ist das denn? Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich bin nicht Jesus Drei davon Tch 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 Ist leer Pfff Nächstes Hi Hi Mach, machst du einmal kurz dein, äh, Ding aus? Mal genäht Mal, sonst hast du gleich 10 Milliarden, äh Items bei dir im Inventar Und zwar alles von diesem Zeug Hast du auch den Garotium gehört? Ne Hast du aus? Warte ich dachte du hast jetzt sah wir aus ich hatte nun auch anders eingestellt wegen dem rezept wenn ich jetzt hier alle barrels unten kaputt mache und alle Truhen dass alles unten in dieses System reingeht und dann baue ich unten Craftingfenster und noch anderes Zeugchen und dann sollte alles wieder laufen die ist auch fertig das ist das was ich nicht habe wofür ich Adamartin brauche jetzt nicht in zwei E2 Etage kommen wie viele Dinge hier rumliegen ich habe drei Creatorbacks gerade bekommen jetzt fängt es leicht an zu laggen jetzt nochmal und nochmal gleich wenn die Alte zu fliegen wird es richtig geil lag 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 uuuuuh what upgrade build spaced unique fork dolly also shit lag ja gleicher max bei den packs öffnen aber hier ist geil wieder weg kick ja alles weg als wir item soll durchrauschen TC treibt doch mal nicht so doch muss ich aber Nein, musst du nicht. Mal ein bisschen hier reinwerfen, dann geht das ein bisschen schneller. Ich glaube, das waren alle. Alle, die kommen noch rangeflogen. Jetzt leckt es nicht mehr. Oder doch? Ja. Okay, aber das Server ist noch da. Oh, noch einen Moment. Ja, das leckt gerade. Ich glaube, der Server spielt gerade ab. Ich glaube, der Server spielt gerade ab. Ja, der Server spielt gerade ab. Ich bin flasch, ich bin behindert. Ich bin flasch, ich bin behindert. Oh, ne, ich höre was. Oh, ich kann was öffnen. Ich habe ja gesagt, es könnte lecken. Ja, ich höre was. Ich treib mich so. Ich kann nichts dafür. Nein. Oh, ich konnte eine Kiste öffnen. Kann noch ein ME-System machen. Dauert noch etwas. Oh, nächste Kiste öffnen. Shit, Kiste ist voll. Boah. Ja, es ist das System. Nobody changed the system. Okay. Ist gleich alles vorbei. Bye. 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 Vielen Dank.